Hey, hallo allerseits. Ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Shantang. Rossho Shantang ist das Königreich dieser Woche. Deswegen gehen wir jetzt nach Shantang und schauen uns da an, was man da machen kann. Wenn man darauf klickt. Und zwar kann man die Prüfung machen. Ja, die Prüfung haben wir noch nicht gehabt in diesem Königreich. Das heißt, ich habe sogar ganz, ganz wenig bisher nur gespielt. Ich habe noch einiges vor mir. Ja, Prüfung werde ich vielleicht auch wieder ein Video machen. Ich habe ja gestern im Stream die letzte Prüfung gemacht aus Groshnak und diese Woche wäre dann Shantang eben dran. Dann kann man auch in das Tiefengewölbe gehen. Und das habe ich schon mal kurz mir angeguckt. Man könnte folgendes Team benutzen. Tulliao. Tulliao ist eine Figur, die Mana sammelt. Also nicht, weil sie Mana erzeugt oder ähnliches. Sie gibt zwar Mana, also sie erzeugt keine Edelsteine, aber gibt Mana. Wähle eine Farbe, verzauber alle Verbündeten dieser Farbe und gib ihnen sechs Mana. Da würde ich Grün auswählen. Warum? Weil Grün die Waffe hat, Grün Jaoguai hat. Die einzige Figur ist Peng Long, die nicht Grün besitzt. Die muss ich dann eben anders vollkriegen oder vielleicht gar nicht oder mal gucken. Da an der letzten Position. Ich denke, man kann die austauschen. Man könnte theoretisch auch Jaoguai austauschen. Aber ich finde, das macht so schon Sinn. Von den Waffen her gibt es nur zwei, drei Waffen, die man überhaupt verwenden sollte. Das wäre das Hakenschwert, weil die Verbündeten aus Shentang natürlich alle kommen und deswegen Rot und Gelb erzeugen. Das passt. Das könnte man nehmen, falls ihr die Waffe habt. Dann ist Himmelshell eine sehr gute Waffe. Da muss man sich immer eine Spalte auswählen, bei denen möglichst zwei, am besten drei oder vier sogar gelbe Edelsteine vorhanden sind. Dann erzeugt man sehr viel Rot. Das wäre eine Waffe, die man auch benutzen könnte. Ich habe mich aber für die dritte Waffe entschieden, die man hier gut einsetzen kann. Rot explodieren lassen. Passt super. Ich spiele auch mit Sonnenspeer, also mit einem roten Strom. Und dann gewährt diese Waffe auch allen Verbündeten aus Shentang einen zufälligen Status-Effekt. Vor allen Dingen kann sie aber nachbeschwören. Ja, also Mana-Sammler, dann Nachbeschwören und Mana-Sammler. Ja, und den Schaden macht dann Yau Guai und Pen Long. Da es ein roter Sturm herrschen wird, wird das rote Mana direkt auf Yau Guai gehen. Und das ist gut. Da muss man nur wissen, wenn der dann Rot dadurch auch noch zusätzlich erzeugt, dass er Lila in Rot umwandelt, dann sollte dabei ein Vierer entstehen. Und dann könnt ihr das bedenkenlos machen. Dann haut er ganz schön rein mit seinem Schaden. Stiehlt ja auch noch vier Magie von beiden Feinden. Das heißt also, dass er dann acht Magie mehr hat und dann noch mehr Schaden macht. Und so weiter und so weiter. Also man kann hier durchaus Yau Guai verwenden und Pen Long ist auch so eine Figur, die allen Feinden Schaden zufügt. Hätte noch reduzierten Schädelschaden, den kann man auch an Positionen einstellen. Ich finde die letzten beiden, die sind so ein bisschen austauschbar. Ihr sucht euch halt eine Figur aus, die Schaden macht. Und das ist vor allen Dingen eben Yau Guai und Pen Long. Es gibt aber noch mehrere. Erstmal auch mythische Figuren, aber ich wollte in diesem Team erstmal ohne spielen. Der türkisfarbende Kaiser fügt allen Figuren Schaden zu. Super gut. Auch den, wenn man den hat, den kann man hier auch wunderbar reinsetzen. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil der noch lila hat. Also noch eine weitere Farbe. Huang Long ist eine ziemlich gute Figur. Ich glaube, ich werde ein leicht anderes Team spielen. Ich will mit Huang Long spielen und würde den dann dann einsetzen. Aber da komme ich gleich dazu. Ich will erstmal noch durchgehen, welche Figuren man noch so einsetzen kann. Der verrückte Troll wäre noch ein Mana-Sammler, aber der schafft Blau und Lila. Finde ich nicht so günstig. Ja, von den Figuren hier, wenn man viel Gelb braucht, wäre die Göttliche noch gut. Verwandelt eine gewählte Farbe in Gelb. Also wenn man auf Gelb spielt, wäre das sicherlich eine sehr gute Figur, die passen würde. Und dann möchte ich euch noch zwei Figuren empfehlen. Die Pandasca-Wache. Die fügt dem ersten und dem letzten Feind Schaden zu und lässt zwei Edelsteine explodieren. Dadurch kann man auch noch mal Mana nachsammeln. Vielleicht auch dadurch, dass ja dann das Spielfeld aufgefüllt wird und dadurch noch ein Vierer kommt oder so. Also Pandasca-Wache macht auch Sinn. Und vielleicht für Leute, die ganz wenig Figuren haben und trotzdem schon ein bisschen spielen wollen und noch ganz am Anfang stehen, da ist Sen Yao nicht schlecht. Der fügt nur einem Feind Schaden zu, aber der erschafft sieben Grüne. Und wenn man den zweimal im Team hat, da würde ich sagen an vierte und an dritte Position. Dann Tu Liao und dann vielleicht mit einem grünen Sturm spielen und fesseln. Dann macht das durchaus Sinn, dann könnte man auch das spielen. Ja, aber das hier sollte, glaube ich, gut funktionieren. Denn die beiden Bemächtigten oder die Bemächtigte hier, das Mondkaninchen, macht schon irgendwie Sinn. Aber blau in gelb, auch nur wenn man auf gelb spielen will, dann ist das vielleicht sinnvoll. Ansonsten, ja, ich glaube, das sind somit die besten Figuren. Ich stelle jetzt noch das Team zusammen, mit dem ich gerne spielen möchte. Und das ist Huanlong an Position 1. Und das wäre das Team, was ich erstmal probiere zu spielen. Ich will mit Mönch spielen. Mönch hat in der dritten Eigenschaft alte drei Mana bei vier oder mehr Kombinationen. Dadurch hoffe ich, dass die Waffe auch immer wieder schnell voll wird. Die göttliche ist da drin, die in Gelb umwandelt. Huanlong ist meine Hauptwaffe sozusagen. Das wird also der sein, der allen Feinden eine Menge Schaden zufügt. Und der kann auch noch eine Barriere halten, verzaubert werden, gesegnet werden, Attacke erhalten und so weiter. Ich habe Lust mit dem zu spielen, ich mag den irgendwie. Und das wäre mein Team. Pandasca-Wache lässt wie gesagt explodieren, fügt dem ersten und dem letzten Schaden zu. Rot bekommt er, grün bekommt die göttliche, also die letzten beiden könnten Mana bekommen. Hakenschwert macht noch Rot und Gelb. Gelb für Huanlong, Rot für Pandasca-Wache. Irgendwie passt das schon. Und ja, ich glaube, so werde ich mal anfangen. Gut, gucken wir uns mal in Ruhe die Events an. Raus aus Shantang, Shantang und ab in die Events. Hier ist es schon. Was gibt es denn? Es gibt eine neue epische Einheit. Gleich mal angucken. Klar. Panda-Lista. Aha. Also eine Panda-Balliste. Okay. Soll mir recht sein. Füge zwei zufälligen Feinden 46 echter Schaden zu. Also echter Schaden ist wahrer Schaden. Irgendwie haben die das immer, ein paar Sachen haben sie so mehrfach übersetzt. Und echter Schaden, so wie Finstersturm und Dunkelsturm. Naja, hier ist es jetzt echter Schaden und wahrer Schaden. Zwei zufälligen Feinden. Zufällig ist immer blöd. Aber na gut, immerhin zwei Feinden. Verstärkt durch Oskar. Verbündete Verstärkungsrate ist mal drei. Nicht so super viel. Reduzierter Schaden durch Schädel und Chance, die Rüstung bei Schädelschaden zu ignorieren, wäre dann auch wahrer Schaden. Ja, vielleicht kann man das auch mal benutzen und mal reinbringen. Ich denke nicht, dass das Spiel entscheidend ist in irgendeiner Form. Was mache ich denn hier? Panda-Lista nochmal bis auf mythisch hochbringen. Aber ja, ist okay. Die kann man vielleicht tatsächlich irgendwie mal gebrauchen und einsetzen. Zehn mal die Kriegsbeute noch mitnehmen. Und dann schauen wir uns schon gleich das nächste Event an. Edelsteine ausverkaufen. Dann haben wir natürlich die Kampagne, brauchen wir uns auch nicht angucken. Und Invasion. Ja, Invasion heißt ja immer gegen die Türme. Dann auf in den Kampf und gucken wir uns gleich mal an, was wir im Shop kaufen können. Und natürlich können wir uns eine neue Figur kaufen. Und das ist auch gleichzeitig dann der Event-Hauptmann. Und den sieht man hier. Sheishi. Ja, schön. Netter Name. Hat mal zwei Magie für dieses Event natürlich nur. Und ihr müsst den einfach einsetzen. Warum? Weil er bringt doppelte Punkte nur in diesem Event. Also für dieses Event müsst ihr den Event-Hauptmann Sheishi einsetzen. Also wird er auch gekauft. Ich kaufe gleich mal Stufe 3 auf jeden Fall. Das solltet ihr auch machen. Schon allein deswegen, weil auf der dritten Stufe auch eine Waffe wieder ins Spiel kommt. Und diese Waffe ist toll. Denn das ist wieder eine dieser Ich-lass-explodieren-und-nach-beschwören-Waffen. Gucken wir uns gleich an. Lass 40 braune Edelsteine explodieren. Die Farbe ist schon fast egal. Selbst wenn es nur 4 oder 5 gibt, aber die schön verteilt sind. Dann ist das ja schon das halbe Spielfeld oder mehr. Gewährt dann allen Oscar-Verbündeten einen zufälligen Status-Effekt. Okay, Oscar sind nicht so die allerbesten Figuren, aber ja. Und ruft dann noch eine Oscar-Einheit herbei. Supergut. Tolle Waffe. Kann man gar nicht genug von diesen Waffen haben. Also der Pandaski-Zauberstab, den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. So billig kriegt ihr sonst Waffen nicht. Also hier die dritte Stufe in jedem Fall kaufen. Und dann heißt es, ab in die Kämpfe. Und ich würde mal sagen, bis vielleicht hier Stufe 5, vielleicht sogar auch Stufe 7, solltet ihr ein anderes Team spielen, wie das, was ihr dann spielt ab Stufe 8. Und das will ich kurz erklären. Ab Stufe 8 hat man nämlich 4 Türme da drin. Und auch also von Anfang an an Position 1 ein Turm. Vorher hat man immer an der letzten Position hier ein Turm. Dann an der letzten und vorletzten. Dann die letzten 3. Das heißt, immer an der ersten Position ist kein Turm. Und das ist deswegen wichtig, weil man ja Schädelschaden gegen Türme dreifach machen kann. Vierfach oder fünffach. Und das spielt halt noch keine Rolle bis zu dem letzten. Deswegen spiele ich am Anfang die ersten Stufen mit einem anderen Team. Und das zeige ich mal. Ich spiele hier. Natürlich muss ich jetzt noch die neue Figur reinsetzen. Ha, hätte ich fast vergessen. Ähm, die neue Figur war Panda-List... Ne, hier, äh... Shishi, das war die neue Figur. Ähm, muss ich natürlich noch aufwerten, habe ich ganz vergessen. Ja, ich glaube, ich muss dann noch die 4. Stufe nachkaufen. Damit ich nicht so viele blaue Ops ausgeben muss. Weil den will ich schon auf Stufe 5 bringen, denke ich. Ähm, vielleicht nicht 100% nötig. Stufe 4 würde vielleicht auch schon reichen gegen die Türme. Äh, man hat ja auch immer noch eine andere Figur drin, die auch gegen Türme Schaden macht. Also von daher müsst ihr gucken, wie hoch ihr den bringt. Ich setze den jetzt erstmal, bevor ich das weitermache, hier mal ein. Ähm, und zwar für... Hier, für die Pandasca-Waffe. Das ist also das Team, was ich, äh, verwenden will. Ich glaube... Äh, ja, so soll das aussehen. Oskula gibt allen Verbündeten Oskar 50% Mana-Start. Das heißt... Ah, ich mach's doch so. Sheishi wird schon mal 50% Mana-Start haben. Und auch König Michael wird 50% Mana-Start haben. Und der macht das alleine. Lass eine Reihe explodieren. Füge allen Feinden dann Schaden zu. Neuen zusätzlich, wenn ich wütend bin. Und der wird einfach durch die Reihe explodieren. Auch schnell wieder voll und so. Also, das ist das ganz schnelle Team. Er hat ja eh schon 50% Mana-Start. Das ist das ganz schnelle Team für die ersten Kämpfe. Gut, soweit so gut. Und bei den zweiten Kämpfen brauchen wir jetzt eine andere Figur, die noch Türme, äh, Türmen Schaden zufügt. Und das ist einmal, ähm, der schwarze Björn. Füge einem Feind Schaden zu. Verstärkt durch Wütende, wenn er ein Turm ist. So ist es. Also, der kommt noch rein. Der muss noch rein. Und dann haben wir Sheishi und den schwarzen Björn. Denkt dran, Sheishi macht fünffachen Schaden. Und das auch noch, äh, mit zweifacher Magie. Also, der haut mal richtig rein. Sobald ihr den auslöst, ist ein Turm weg. Und, äh, an Position 1 setze ich dann den schwarzen Björn. So sieht das aus. König Michael braucht ihr da nicht mehr drin. Da könntet ihr, ja, nochmal einen Björn einsetzen von mir aus. Ist eigentlich fast egal, was ihr hier einsetzt. Vielleicht auch jemand, der noch Mana nachsammelt und so. Ähm, ich gehe mal wieder aus Türme raus. Basis Seltenheit. Ich glaube, die vierte Position ist ziemlich egal. Von mir aus noch Oskula. Ja, macht doch Sinn. Also, habt ihr einmal Schädelschaden, ist die erste Figur weg. Seid ihr voll geworden mit, ähm, Magieschaden sind die nächsten weg. Das wird ganz, ganz, ganz einfach. Als Klasse habe ich jetzt einfach mal hier stellvertretend für, egal, Nachtweber eingestellt. Es ist nämlich egal, in welcher Klasse ihr spielt. Wenn ihr jetzt drei braune habt, könnt ihr natürlich auch mit Klassenspielen die braunen Sturm machen. Mit Titanen spielen, ähm, oder mit Barbar. Da fesselt man und hat einen braunen Sturm. Das ist alles nicht so wirklich wichtig. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz leicht. Und das wäre das Team, was ich dann spiele, wenn ich vier Türme als Gegner habe. Ähm, dann gucken wir uns an, was ich als Tribut bekomme. 31 Edelsteine. Oh, schön. Nett. Und das pro Stunde? Finde ich gut. Ähm, also, eigentlich, bevor ich das hier mache, würde ich ganz gerne mir mal angucken, erst mal, welche Einheiten aus Shantang dann prinzipiell ganz gut sind und ob es sich da lohnt, die Event-Schlüssel auszugeben, um Truhen zu öffnen. Also, werde ich mal sortieren nach, ähm, Königreich. Es wie Bertha. Da, Shantang. Alle Anzeigen. Es gibt, äh, drei mythische. Zwei finde ich ganz gut. Der türkisfarbene Kaiser finde ich gut. Huanlong mag ich. Äh, Tianyi finde ich nicht so stark. Kann nachbeschwören, aber nur Affenjünger braucht man nicht unbedingt. Fügt einem Feind schweren Spritzschaden zu. Betäubt und, äh, die betroffenen Feinde, okay, aber, hm. Äh, Kaiser Liang nicht so toll. Lürasa ist das Besondere mit dem Sturm. Zweifarbiger Sturm. Ähm, ich glaube, Lila und Blau, wie ihre Farben sind, oder täusche ich mich? Ähm, weiß nicht jedenfalls. Zweifarbiger Sturm von Lürasa. Dann ist hier drin Kilin. Und Kilin ist tatsächlich gut. Kilin ist, äh, eine Figur, die einen gelben Sturm macht am Anfang. Lichtsturm. Und dann natürlich ein Schädelumwandler. Und sowas kann man immer gebrauchen. Ähm, äh, ist ganz, ganz starke Figur. Könnt ihr in Teams super gut reinbauen. Also Kilin, super Figur. Dann ist Yao Guai vielleicht sogar mit die beste legendäre Figur. Großartig, was der so an Schaden macht, habe ich ja euch schon in einem ersten Team gezeigt. Der ist auch super. Wenn ihr einen dieser beiden nicht habt, lohnt es sich schon hier, paar Schlüssel zu öffnen. Weil die zu haben, das macht schon einen Unterschied. Das ist schon echt cool. Peng Long finde ich noch ganz gut. Mondkaninchen ist super gut, weil es eine Bemächtigte ist. Und die wandelt nicht nur eine Farbe in die andere um, sondern sie segnet auch den ersten. Sollte der also gefesselt sein und so weiter, wird das alles aufgelöst. Finde ich super. Ähm, ich muss mal kurz die Panda Lista hochbringen. Ähm, so, dann habe ich das nämlich auch schon gemacht. Dann ist die auch auf Level 20. Ähm, genau. Und auch aufgewertet. Super. Okay, haben wir das. Dann gibt es hier noch Tulio. Wie ich gesagt habe, Mana Sammler, der ganz gut funktioniert mit dem Mana Sammeln. Verrückter Troll. Das ist für Lila interessant. Blau und Lila eine Mischung. Ja, ne. Ähm, wen haben wir denn noch? Auch die göttliche, weil sie in Gelb umwandelt. Also, es gibt durchaus ein paar interessante Figuren. Ähm, Pandasca-Wache habe ich auch von gesprochen. Und dann Senyao natürlich. Also, ja, kann man gut gebrauchen. Ich finde Shen Tang, da gibt es einige Figuren, die man echt im Team gebrauchen kann. Und was Vernünftiges damit bauen kann. Gut, gucken wir uns die Seelenschmiede an. Jetzt wird's spannend. Welche Waffen gibt es in der Seelenschmiede? Es gibt das Band der Verdammnis. Eine der großartigen Verteidigungswaffen, aber nur wenn man Gildenkrieg Verteidigung spielt. Obwohl, inzwischen könnte man vielleicht auch, wenn man nur mit Grünen spielt im PvP, das hat sich ja geändert. Da kann man ja zum Beispiel nur auf, äh, mit Grünen Farben spielen. Dann kann man auch so eine Waffe spielen, weil der Gegner ja dann auch viel Grüne hat. Dann wird die vielleicht interessant. Ansonsten braucht man sie tatsächlich nur im Gildenkrieg in der Verteidigung. Das Hakenschwert ist die Mischwaffe für Verbündete auf Shen Tang, schon erklärt. Himmelsheld würde ich empfehlen zu haben, ähm, gerade weil man da sehr, sehr viel Rot mit erzeugen kann. Kobaltinischer Zauberstab ist großartig. Unbedingt holen, den solltet ihr haben. Lässt Rot explodieren. Beschwörte eine Einheit aus Shen Tang nach, großartig. Äh, und dann gibt es natürlich hier unten gleich noch den Pandaski-Zauberstab. Aber den habt ihr jetzt eh durch das Event, wo ihr die Waffe kaufen könnt. Also, äh, eigentlich ganz interessante Waffen. Ähm, Himmelsheld und Zauberstab auf jeden Fall holen. Wand der Verdammnis auf jeden Fall, wenn ihr gerne in der Verteidigung erfolgreich sein wollt. Das heißt nicht, dass ihr dadurch alle eure Kämpfe gewinnt, aber diese Waffe kann es dem Gegner sehr, sehr schwer machen. Ja, bei den Einheiten, bei den mythischen Figuren gibt es den Tod. Ja, der kann ruhig tot bleiben, weil der ist nicht besonders gut. Fügt allen Feinden Schaden zu, aber leider Streuschaden. Das heißt, das wird aufgeteilt. Verstärkt euch mein Leben. So kann das Leben gar nicht sein, als dass das wirklich viel ist. Ähm, und da muss ich den auch ständig mit Leben anfüllen. Und naja, und markiere alle Feinde mit dem Todeszeichen. Ihr wisst ja, das Todeszeichen muss ja dann auch erstmal ziehen, so sie denn nicht immun dagegen sind und so. Keine gute Figur braucht man nicht. Jasmins auserwählte eine Figur, die ich immer deutlich unterbewertet finde bei anderen Streamern. Ähm, ich finde sie wirklich gut, weil sie einen zufälligen Feind bei grünen Kombinationen fesselt und auch grün erschafft. 10 grüne, dass sie noch allen Schaden macht, ist tatsächlich nicht so toll. Der Schaden ist ja nicht so groß, aber schaffe 10 grüne und fessle dann auch immer. Kann einfach echt den Hintern retten. Also ich finde die ganz gut, aber sie ist natürlich auch keine Topfigur. Aber durchschnittlich bis obere Durchschnitt für mich. Dann haben wir Mistralos, eine absolute Top-Ten-Figur. Mistralos solltet ihr, wenn ihr sie noch nicht habt, holen. Denn Mistralos kann euch sehr helfen. Sie fügt eine Menge Spritschaden zu, je nachdem. Eventuell nur einem Feind, das wäre dann schlecht. Aber eventuell auch vier zufälligen Feinden. Und dann mische das Spielfeld und man kriegt einen Extrazug. Das ist das Besondere, man bleibt am Zug. Das Spielfeld sieht dann anders aus und dann hat man Chance auf Vierer und so weiter und bleibt immer am Zug. Außerdem dieses Verzaubern der Verbündeten bei Vierer ist auch einfach toll. Also eine super gute Figur, eine der besten Figuren im Spiel. Mistralos absolut. Und Eisenfalke erzeugt ganz viel Totenschädel, erschaffe nämlich 12. Allerdings lässt er diese 12 dann explodieren, indem er einfach insgesamt 21 Edelsteine explodieren lässt. Das heißt also, die werden nicht zusammengeführt, die Totenschädel. Und man kriegt dann Schädelschaden, sondern einfach jeder Totenschädel macht ja 5 Schaden. Das ist die Summe, die man dann als Schaden macht. Also wenn er dann 12 erschafft, hat man schon mal 60 Schaden auf dem Spielfeld, wenn das abgeräumt wird. Und dann sieht das Spielfeld danach ganz anders aus. Mit dem kann man also irgendwie Mana sammeln, aber nicht so viel, wie man denkt. Weil 12 Totenschädel verhindern ja auch Mana, weil Totenschädel machen kein Mana wiederum. Aber trotzdem eine gute Figur, die macht sehr viel Bewegung auf dem Spielfeld. Puff, Peng. Das ist, wie man diese Figur beschreiben kann. Da passiert echt viel. Aber man muss halt auch immer Glück haben, dass es so nachfällt, dass man vielleicht einen 4er kriegt. Weil wenn man das nicht hat und man kriegt keinen 4er, vielleicht nicht mal einen 3er oder von mir aus ein 2 3er, ist der Gegner dran. Mit dem jetzt völlig veränderten Spielfeld. Und wie immer das dann aussieht, das weiß man ja nicht. Alle Feinde erleiden 5 Schaden, wenn ein Verbündeter ein Zauber wirkt. Deswegen wird diese Figur auch beim ganz schnellen Farmen auf Level 1 benutzt. Und da gibt es ganz starke Teams. Oder das vielleicht, also ich benutze vor allen Dingen ein Team, mit dem ich dann Gnome jage. und versuche den Eisenfalken da mehrfach im Team zu haben, wegen diesen 5 Schaden. Das ist so, aber das wisst ihr sicherlich. Ja, und das war es dann auch schon. Tolle, tolle Seelenspiele. Sowohl bei den Waffen interessant, als auch bei den Einheiten. Vor allen Dingen natürlich Mistralos sticht da raus. Und Jasmin's Auserwählte und Eisenfalke sind auch Figuren, die man gebrauchen kann. Aber Mistralos ist natürlich toll. Dann haben wir noch die einzelnen Events. Ja, Dienstag, Angriff aufs Territorium, ist glaube ich soweit klar. Mittwoch die Haustierrettung, ist auch klar. Die Klassenprüfung am Donnerstag ist der Mönch. Der Mönch kommt auf Shentang und ist eine ziemlich gute Klasse. Sehr brauchbar, wegen dieser 3 Mana bei 4er Kombinationen. Und außerdem ist das eine Klasse, die sehr, sehr immun werden kann, gegen alles mögliche. Immunität gegen Gefroren, kann sich übrigens auch selbst reinigen. Und dann natürlich auch hier Immun gegen Betäubung, Gift und so weiter. Und hat das auch nochmal bei den Eigenschaften Immun gegen Mana Entzug verstummen. Auf jeden Fall Mana Brand, also die Immunitätsklasse eigentlich, der Mönch. Ja, also gute Klasse, sollte man hochspielen, kann man echt immer mal wieder auch benutzen, den Mönch. Am Freitag kommt eine neue mythische Figur ins Spiel. Denn wir haben einen neuen Monat. Und das bedeutet eine neue mythische Figur immer am ersten Freitag eines neuen Monats. Und das wäre diesmal der Fall. Also neue mythische, da wird dann Sonntag wahrscheinlich auch mein Stream wieder drüber gehen. Ob sie denn was taugt, wie man Teams mit ihr baut und so weiter. Das ist am Freitag im Spiel. Und zu guter Letzt noch am Freitag startet auch ein neues Unterwelt Event. Und zwar zum Albtraumzirkus. Also ihr wisst ja, Albtraumzirkus ist ja vor kurzem ins Spiel gekommen. Die neue Unterwelt. Und da hier, wenn man das noch nicht hochgebracht hat, dann kann man das jetzt bekommen auf 2500. Das wäre jetzt am Wochenende, soweit ich das jetzt sehen kann. Und ich hoffe, das stimmt auch. Da wäre dann Albtraumzirkus nochmal zu spielen. Heißt aber auch, dass es da eine neue Figur ins Spiel kommt. Nämlich die fünfte Figur für die Unterwelt. Die kommt dann jetzt am Freitag da auch ins Spiel. Ich wünsche euch in dieser Woche viel Spaß beim Spielen. Ja, und wir sehen uns am Sonntag zum Besprechen der neuen mythischen Figur. Ansonsten habt eine schöne Woche. Bis dann. Euer Fando sagt Ciao.